Musik Persönliche Worte für Ihre ganz besondere Momente zu zaubern, das ist meine Passion. Herzlich Willkommen bei Zeremonien mit Herz. Ich bin Nicole Herrmann und gerade am Vorbereiten einer freien Zeremonie. Sie ist für eine Hochzeit, aber es könnte gerade so gut eine Zeremonie für einen Telfi, eine Eheerneuerung oder auch ein Abschied von einem geliebten Menschen sein. Bei meinen Zeremonien darf gelachen, geprüft, klatscht und gewünscht werden. Am besten auch ein Gleichzeitig. Wie eine so eine konfessionslose Zeremonie abläuft, kann man nicht einfach so erklären. Jede von meinen Zeremonien ist persönlich und darum ist jede ganz anders. Aber immer stammt die Liebe, die Menschen und ihre Geschichte im Mittelpunkt. Wem darf ich für Sie die passenden Worte finden? Musik 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 Musik